So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Und die Jena hat's geschafft, ne, wieder mal. Äh, die Genaya hat grad was gepostet in unserer WhatsApp-Gruppe. Was ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat, für manche, für andere nicht, so ein bisschen, aber eigentlich ist mir immer noch alles unklar, hin und her. Es geht um Lead. Lead? Lead. Englisch, Lead. Elite. 13,37, die WP-Anzahl, also ihr seht das ja, ihr kennt das bestimmt alle vom Schilling, der Schilling, der kommt immer an, der Schilling, der hat bei sich immer 13,37 als Uhrzeit stehen und alle mal, ah, was bedeutet denn 13,37 die Definition? Lead. Das ist für mich an sich jetzt eigentlich keine Definition, das ist einfach nur das vorgelesen, was da steht, aber es ist noch keine Definition. Dann kommt einer und übersetzt das und sagt, Lead ist Elite. Das ist in dem Sinn immer noch keine Definition, sondern nur die Übersetzung von dem englischen Wort, das englische Wort, was da steht in Zahlen statt Buchstaben, also, ja, und dann heißt es, ja, das ist aus der Gamersprache, ne, und sonst was und hin und her. Warum aber ausgerechnet er das jetzt da verwendet in seinem Video, ist mir immer noch nicht ganz bewusst. Wer das weiß, wer ganz genau noch mal was dazu sagen kann, warum ausgerechnet dieses Wort oder diese Sprache verwendet wird. Ich kann auch auf meinem Taschenrechner, sei leise schreiben oder Esel, das dann rumdrehen und dann lesen die Leute da, hey, was sind das für komische Zahlen, aber wenn sie es rumdrehen, ah, sei leise, genial. Also, gibt's ja alles, gibt's ja alles. Man kann ja mit den Zahlen trotzdem theoretisch schreiben. Jetzt hat die Jenna aber in der Hebo-Gruppe, also in der WhatsApp-Gruppe, hier einen Terry-Bark gepostet und einfach dazu geschrieben, ist das jetzt ein Elite-Hund? Ich hab erst mal gedacht, wie Elite-Hund? Hat jetzt Kostüme an oder was? Ne, das sieht immer so aus, Terry-Bark. Dann hab ich das Foto mal groß gemacht und hab geguckt, ach, 1337, Mensch, ist sie bekloppt. Das ist also ein Elite-Hund, weil der 1337 WP hat. Das hat natürlich Fragen auch aufgeworfen. Ich hab auch gesagt, ich hab zwei Stunden hingeguckt, bevor ich gerafft hab, was das ist. Der Moro, der Starke, hat gesagt, niemals verschicken, das ist die Elite der Pokémon. Oh mein Gott, alle haben sich gefreut, vorbelastet. Hat's nicht verstanden. Die meisten werden's nicht verstehen oder werden das nicht sehen oder wissen. Hä, und, was bedeutet das jetzt oder hin und her? Ja, und dann, guck auf die WP, 1337, hä, mit Weiterentwicklung wird's dann 4500? Boba Mo, also Moro, sagt, Jenny, ich hab auch ein Elite-Känguru, sogar ein Shiny, ein Shiny-Kangama mit 1337. Dann kam mir die Idee, ich hab's nämlich dann auch von mir reingepostet, mal zu schauen, hast du vielleicht ein Elite-Pokémon auf der Hand? Und ihr sollt jetzt auch mal reinschauen, ob ihr ein Elite-Pokémon auf der Hand habt. Aber bevor ihr jetzt ewig sucht, ob ihr eins habt oder nicht, gebt einfach mal bei euch in der Pokémon-Box WP 1337 ein. Dann wird euch angezeigt, ein Pokémon mit genau diesem Wert. Klar könnte man da ein bisschen schummeln. Also wenn ihr eins habt, wird's euch angezeigt. Wenn ihr keins habt, ist da nix. Also wenn ich jetzt zum Beispiel WP 1338... Gut, da hab ich auch eins. Äh, dann machen wir mal 36. Da hab ich bestimmt keins. Gut, 36 hab ich auch. Ach, egal. Dann gehen wir wieder auf 37. Genau, 1337. Lead. Das Elite... Die Elite-Zahl. Das Elite-Pokémon bei mir. Mein Elite-Pokémon ist Knogga. Alola Knogga passt auch zur Alola Season. Und es ist sogar ein hundertprozentiges, was noch genialer ist. Und wenn wir hier draufdrücken, sehen wir, dass es aus Straufhain-Thüringen ist. Am 31.10. Und meiner Meinung nach war das damals zum Knogga-Raid-Day. Ja, es gab einen Knogga-Raid-Day, wo man eben drei Stunden lang saß an jeder Arena. Alola Knogga. Man hat fünf kostenlose Pässe gehabt. Und wir sind rumgelaufen. Wir haben sogar einen Stream gemacht damals, glaube ich. Und im Stream habe ich meine fünf kostenlosen Pässe. Ich habe unterwegs gestreamt mit dem Handy. Wir sind rumgelaufen. Unterwegs gestreamt mit Handy. Habe ich die fünf kostenlosen Pässe draußen gemacht. Leute haben immer gesagt, kann ich auch den mitmachen? Kann ich auch den mitmachen? Ich habe versucht, spontan da welche einzuladen. Totales Chaos. Und dann habe ich aus dem, ich glaube, dem letzten Raid, vorletzten Raid, 1337 bekommen. Was auf jeden Fall dann schon mal ins Auge geht. Eine Zahl ist, die man ja immer auf dem Schirm hat. So wie Leute, wenn sie sagen, haha, 666. Ich habe einen Knogga aus der Hölle. Aber da war es 1337. Ich habe es bewertet. Und es war ein 100% Elite Knogga Alola. Und das fand ich richtig cool. Andere würden jetzt sagen, ey, ein 100er Knogga kannst du nicht wild finden hier als Alola. Das ist mega selten. Push das doch mal hoch. Das kommt auf 2075. Aber 2075 ist halt, ja, ist halt kein Elite Pokémon mehr. Es ist nur mit 1337 ein Elite Pokémon. Und das ist das einzige Elite Pokémon, was ich habe. Und das finde ich jetzt gerade richtig genial. Diesen Gedanken dahinter. Deswegen frage ich euch. Habt ihr auch ein Elite Pokémon? Man könnte da klar ein bisschen schummeln. Man könnte jetzt irgendwelche Pokémon nehmen und könnte gucken, wenn man die pusht, ob die dann auf 1337 kommen. Aber das ist so genau aus dem Raid gewesen. Sieht aus wie Wetterboost Level 25. Das ist auf jeden Fall so aus dem Raid gekommen. Das finde ich sehr cool. Wenn wir jetzt mal WP 13... Nein, wir müssen mal was finden hier. 131. Wie sieht es denn aus, wenn wir so ein Krabbit haben? Wir würden beim Krabbit was drauf pushen. 131, 141. Der macht immer 10er Schritte. Also, ihr könntet theoretisch auch cheaten und könntet eins nehmen, was ihr durch ein paar Pushs auf 1337 bringen könnt. Und sagt dann, ich habe jetzt auch ein Elite Pokémon. Zählt ja theoretisch auch, wenn es dann die WP hat. Aber bei uns war es jetzt so, dass das wirklich dann beim Fang, nach dem Fang dann diese WP hatte. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch ein Elite Pokémon habt und welches euer Elite Pokémon ist. Oder wir können es auch nochmal ganz anders machen. Wenn ihr ein Elite Pokémon habt, was ihr mir unbedingt zeigen wollt, könnt ihr mir gerne Bilder von eurem Elite Pokémon schicken. Und dann können wir vielleicht irgendwann eine Auflösung zu dieser Folge machen. Weil das ist mein Elite Pokémon. Und dann könnten wir auch machen, das sind eure Elite Pokémon, die, die ihr mir zugeschickt habt. Ich würde also... Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Wenn das Video online kommt, vielleicht eine Woche abwarten und dann nach einer Woche vielleicht die Sachen, die ich gekriegt habe, zeigen. Nicht bei Raid am Mittwoch, sondern eben als Extra-Folge dazu. Wer halt so Bock hat, schickt mir einfach Bilder von euren Elite Pokémon. Den Bildschirm groß, ein Screenshot. Schickt es am besten per Telegram. Es funktioniert aber auch Instagram. Es funktioniert auch Facebook. Links stehen in der Beschreibung unter diesem Video. Wenn ihr mal auf die Beschreibung bei YouTube guckt, da stehen die Links zu Social Media. Da findet ihr mein Facebook-Verlink. Da findet ihr Instagram-Verlink. Da findet ihr die Telegram-Gruppen, in denen ich rumwusel. Ihr mich da ganz leicht findet oder ihr seid sowieso schon dabei. Fremde gucken das Video eh nicht. Aber die, die es gucken, die sind wahrscheinlich eh mit mir in Kontakt. Also wenn ihr Bock habt, lasst uns noch eine Auflösung machen. Was sind eure Elite Pokémon? Meins habe ich gezeigt. Was sind eure... Schreibt es entweder drunter oder schickt mir Bilder. Oder schreibt es drunter und schickt mir trotzdem Bilder. Dann können wir eure Elite Pokémon auch mal zeigen. Vor allem von welchem Datum die sind. Von welchem Fangort die sind. Welche es sind. Sind es Hunder, sind es Shinies, sind es Shundos, sind es Luckys. Es kann alles Mögliche sein. Meins war ein Hundo. Und das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Was ist das denn schon wieder? Jetzt ist hier wieder dieses Ding. Aber das seht ihr nicht. Das ist nur bei mir aufgegangen. Ciao. Ciao.